Wir schaffen Abhilfe, denn Voller Tee checkt für euch die coolsten Ferialjobs in Ländle. Servus miteinander, ich bin immer noch für euch unterwegs auf der Suche nach dem coolsten Ferialjob im Ländle und heute bin ich beim Seidelcatching unterwegs und schau mich da mal, wie ich mich so als Servicekraft schlage. So, hallo zusammen, Ernst Seidel mein Name, ich habe vor 22 Jahren einen Event-Catering-Betrieb gegründet und wir haben die lässigste Firma auf der ganzen Welt, denn die Gäste kommen zu uns, wenn sie irgendwas zum Feiern haben, sprich Hochzeiten, Geburtstage, Business-Events. So wie heute verpflegen wir 300 Gäste und alle haben einen Riesenspaß zusammen. Ihr meint euch wohlfühlen, wenn ihr unter Menschen tretet, ihr meint euch wohlfühlen, wenn ihr gerne essen, wenn ihr gerne trinken, wenn ihr gerne feiern, alles andere, was ihr fachlich können müssen, das bringen wir euch im Handumdrehen bei. Wichtig ist eure Persönlichkeit, wichtig ist, dass ihr das, was ihr macht, dass ihr das gern machen könnt. Jetzt kommen wir zu euch, ihr sind die Praktikanten, wir sind natürlich sehr, sehr glücklich und froh über jede neue Praktikantin, die dazukommt. So, ich kann eine Tablette tragen, mein Ferialjob für heute beim Seidel-Catering ist somit erledigt. Ich gehe jetzt noch ein paar Gläser vertellen, ich muss sagen, es ist anstrengend, man hat aber viele verschiedene Stationen, die man können muss, die man machen muss. Seidel-Catering als Ferialjob, perfekt.